Bei Scalable und bei der Baader Bank sollen Gazprom Aktien für 10 Cent ausgebucht worden sein. Das habe ich gerade bei einem Kommentar bei Delica gesehen. Stimmt das? Ist das bei Ihnen auch so, dass Ihre Aktien ausgebucht wurden und Sie nur 10 Cent Gegenwert dafür bekommen haben, was ja eine absolute Frechheit wäre für Ihre Gazprom Aktien? Also sollten Sie bei der Baader Bank oder bei Scalable sein, überprüfen Sie bitte einmal, ob Ihre Gazprom Aktien noch da sind und geben Sie mir bitte ein kurzes Feedback. Ich habe auch eine Textumfrage erstellt gerade, also die sollten Sie vielleicht jetzt angezeigt bekommen. Und ja, überprüfen Sie das bitte unbedingt, sonst sollte das wirklich der Fall sein, müssen wir da unbedingt nachgehen. Dann werde ich mal wieder meine Kontakte zu den Anwälten spielen lassen und mal schauen, was da geht. Also das kann eigentlich nicht sein.